Palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on the sweater already, Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop Palms, but he keeps on forgetting what... Wir sind in die Woche reingestartet pünktlich. Pünktlichst! Und der Dienstag ist wieder mal unpünktlich. So ne Scheiße. Scheiße! Wir haben jetzt halb eins am Donnerstag. Ich war Mittwoch wieder mal zu spät. Schön. Ja, war eigentlich alles geplant. Aber okay, dann nicht. Tschüss. Was ist denn da gerade abgegangen? Arianna Grande, Bruder. Nice! Chill! Nee! Es ist jetzt halb zwölf, ich gehe pünktlichst aus der Firma. Pünktlichst bin euit pünktlichst gekommen. Pünktlichst! So'n strikt pünktlichen Tag hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Nice! Schöner Start ins Wochenende. Schiech! Schiech! Und wenn im YouTube gar keine Konkurrenz mehr zu tun ist... Guck! Wir sind hier im schönen Kärnten. Da haben wir genächtigt. Das war voll gut. Die Ortschaft hat, glaube ich, 23 Häuser. Sieht man das? Wahrscheinlich, oder? Äh... Ja! Und jetzt wird wieder ewig lang nach Hause gefahren. Mindestens fünf Stunden! Ja, wahrscheinlich! Diese Schönheit da ist Kärnten. Mi no comprender el de mexicano. Mi gusto! Was, Bruder? Guck! Bon Appetit! Oh! Impresionante verlo bajar! Impresionante! Al lado. Uy, qué pena. Qué pena. Se ha enganchado una farola. Quina! Quina!